Jetzt wenigstens ab und zu. Und eine Akkordiongruppe, aber die ist heute dabei, die könnte sich in diesem Land, glaube ich, auch gar nicht so durchsetzen. Die haben das schwer zu tragen, oder die müssen halt fahren, gell? Jetzt kommt der 85 Jahre alte Flörschimmer, der Flörsheimer Karnevalverein. Von der anderen Seite, praktisch, Flörsheim, das ist ja das Tour zum Rheingau. So ungefähr, kann man es auch sagen, ja? Ja, im Osten das Tour zum Rheingau. Und sie haben einen wunderbaren Ruf, der heißt Haldigeil. Ja, halt, halt die Pferde, oder halt die Pferde. Haldigeil, ja. Haldigeil. Und sie haben eine wunderbare Sitzung. Absolut, ja. Wo auch die Mainzer und Casteller nahe und dran profitieren, weil da ist also wirklich so ein Nest, wo viele, viele Redner herausgekommen sind, ja. Und sie haben jedes Jahr bei ihren Sitzungen ein Motto, die Karibische Nacht, dieses Mal. Wenn die Gondeln Masken tragen, ja. Der Musiklein, Flörsheim und Pierska. Die spielen auch die Sitzung und begleiten auch dann die Interpreten dort, was also, wie Sänger, was also wirklich mit viel Mühe und Arbeit, der oft auch zu tun hat. Und jetzt guckt der Martin Barra, da kannst du nichts sagen, mein lieber Mann, mein lieber Mann. Und der Peter, der ist vorher schon mit Bohnenbeitel gefahren. Und jetzt ist er nochmal zu den Blödenberg. Ein ganz schlauer, ja. Ein sogenannter Doppeldecker. Ja, genau. Und da ist auch der Andy Ost ist da. Genau. Und du Hoppes. Ja, und ihr seht. Und hier ist auch noch Dr. Patricia Lovin ist drauf. Wunderschön Pirate, wunderschöne Weile. Wirklich schön. Ja. Also ich glaube, wir sind zum ersten Mal dabei. Ich habe die Flörshe Melonie gesehen. Aber dafür gleich so in vollem Outfit.